Tagchen, hier ist wieder der Maik, heute vom ARD Sportschau Club, produziert von ON-RTV. Und ich mache nicht nur nachher noch Stimmung hier unten in dieser wunderbaren Location, in der Zeche, in Herten, sondern ich erkläre den Leuten auch so ein bisschen was, was sie vielleicht noch gar nicht wussten. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ein Ball eigentlich aus Ecken besteht, nämlich aus 60 Ecken. Ein Ball ist normalerweise ein abgeflachter Icosa Eder. Jetzt staunt er aber, wa? Ja, ist so. Das sind nämlich insgesamt 12 Fünfecken und 20 Sechsecken zusammengesetzt und an jeweils 60 Eckpunkten dann zusammengenäht sozusagen. An den Kanten, klar, auch ein bisschen zusammengenäht und von innen Luft reingegeben und somit wurde ein runder Ball draus. Wenn ihr es nicht glaubt, schlagt es einfach mal nach. Schreibt uns an, direkt bei ON-RTV oder klickt Kommentare, stellt Fragen, macht ein Like. Habt ganz viel Spaß beim ARD Sportschau Club. Ich bin der Maik. Tschüss.